hallo guck mal bin ich hier noch selber anzeigen lassen kann also mein video schon jemand da hört mich auch auf jemand ist hier geht irgendwas los hat man mich nur schnell ein bisschen ein bisschen leise doch geht uns gut so jetzt kommt mir selbst mal ganz lange an vielleicht kommt ein oder andere noch dazu dass man wieder selber hier die ton aus machen sonst vielleicht nicht mal doppelt ist ein bisschen kacke soja wir packen heute aus und zwar ein kamera und zwar die 122 die habe ich vor kurzem bei ebay bestellt für wenig geld wie eine option um 040 oder so war nicht sehr viel los aber dafür war es noch relativ flüssig wir warten noch ein zwei minütchen vielleicht kommt noch ein paar lütze dazu spontan das ist samstag und jetzt ist es 15 uhr zwölf ist er erst vielleicht sind welche spaziergang gerade oder kaffee trinken mit der oma oder kamera kommt ohne den ohne das schöne helios objekt was ich schade finde aber trotzdem war die sehr günstig wir machen dann daran ein ganz tolles pentacon auto 2,8 29 mm also ein bisschen weitwinkel meine ganzen batterie ist hier bereit gelegt batterie so gott batterien hingelegt weil da bestimmt ein paar rein müssen ich habe ja dauernd so abbrüche natürlich scheiße ist jetzt wieder live ok hatte ein bisschen problem mit dem wlan und ich fühle mir zwar meine daten es geht ein bisschen besser na sieht man gerade ein bild wie es gerade so mistig gegangen ist so also wir fangen an ich packe jetzt aus ich werde einmal kurz die kamera drehen und gucken dass ihr einige ein gutes bild habt und dann sehen wir uns gleich wieder jetzt seht ihr meine decke ist natürlich toll und mich das ist wirklich super schön was sie gerade passiert aber geht nicht anders weil spontan live und dreckig so messer vorsicht nicht zu hause nach machen ich weiß auch gar nicht wie das hier aufgehen soll das ist ein sehr doll kurioses paket da hilft nur rohe gewalt so das ist es raschel 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 ich hoffe dass ich euch ein bisschen leiser ich habe auch das direkt im mikro dran hier weiter raschel 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 tadaa zenith 122 das sieht wirklich echt gut aus der zustand scheint wirklich gut erhalten zu sein und ich sehe das erste rädchen hier und habe schon mal keine ahnung wofür das da ist falls das jemand weiß kann das gerne irgendwie kommentieren da ist noch das erste macht man automatisch erstmal zack auslösen geht gucken wir mal rein cool spiele bewegt sich hört man auch wenn ich sehr gut ähm warte ich gucken und dann gucken wir mal rein magic schick mal gucken auch hier immer wichtig bei neuen kamera immer erstmal gucken wird der verschlusswagen mit gezogen funktioniert sehr gut zack hier erkennt man übrigens sehr gut was auch wichtig ist wenn ihr eine kamera prüft eine neue jetzt mal so diese ja also dazwischen ist ein schlitz quasi das ist die der übergang der beiden verschlussvorhänger ähm da darf auch kein ähm spalt zu sehen sein kein licht ähm weil das sonst direkt auf den film belichtet wird ist natürlich schlecht gut da made in russia das zeichen von knz dem hersteller findet man auch drauf auf den objektiv deckeln der leica nachbauten wie heißen die die fett von den fett kameras die objektive von dem haben auch oft ähm dieses symbol so was haben wir hier verschlusszeiten ähm b also langzeitbelichtung 30 60 120 250 250 und 500 ähm ja nicht super viel aber es recht aus für skripse ein bisschen schnappschussfotografie wird damit schon möglich sein ähm für ein paar touren ansonsten natürlich immer schöner wenn man gerade bei sonnlich noch eine 1.000er verschlusszeit hat ähm aber naja sei es drum wir schrauben das objektiv an damit es sich besser handeln lässt ein bisschen und auch ein bisschen besser aussieht wunderbar gut schauen wir mal können auch mal aufmachen und dann die verschlusszeiten prüfen wir hatten ja gerade hier sieht man es eine 60 sekunde eingestellt ähm haben wir schon gehört geht b ist natürlich immer so eine sache funktioniert nicht bei allen immer aber hier seht ihr es solange der office knopf gedrückt ist bleibt auch der verschlussform offen wir können durchsehen wir können auch die blende einstellen wunderbar offen blenden zack zack alles zu also technisch scheint es sehr gut zu funktionieren 500 zack ein bisschen b ist natürlich gar nichts 60 hatten wir schon ja geht einigermaßen schnell ob das jetzt eine 500 ist weiß ich auch nicht mehr vielleicht ist sie auch schon ein bisschen eingeschlafen da sieht aber auch schon aus kann man davon noch vergleichen die langsamste zeit merkt man schon eindeutig einen unterschied ist aber ganz schön dass es zumindest vom groben hören mit funktioniert einigermaßen blitz synchro anschluss für den blitzschuh also kein hotschuh sondern coach das hier ist geht nicht so gut gerade da dieser knopf ist für den selbstauslöser und das hier an der seite ja ich werde mal ganz kurz das hier da seht ihr es ich habe hier nebenbei schlauerweise die anleitung auf die man bei bootkurs findet thema bootkurs übrigens wenn ihr da mal ab und zu seid und was unterhaltet spendet drückt man den ein oder anderen euro das ist bestimmt sehr hilfreich habe selber auch schon gemacht hier eins da steht es self timer cocking handwheel ok also das ist der aufzug für den selbstauslöser mit diesem mit diesem rat könnt ihr den selbstauslöser spannen ja doch spannend ist richtig joo gut hier sehen wir lange denkpause den verschluss für die batterien ich bin noch mal so das ist das 2d mark stück rumliegen weil das damit immer noch am besten geht geht auch hier diese 29 stücke vom euro oder so gerade diese ganzen praktiker modelle und diese alle heißen da wurden auch die ganzen schlitze für die 10 pfennig stücke oder 20 pfennig stücke designt geht aber gott sei dank heute auch noch ich bin nicht amused ich weiß nicht warum es nicht geht sicher mache ich irgendwas falsch noch ganz kurz hier das iso rad zeigen hallo kamera bitte scharf schön rost keine ahnung bestimmt asa oder was in die richtung oder die von was ist das bisschen 10 in zwischenschritten bis 800 denke ich mal wieso einstellbar ist relativ wichtig weil wenn man durchguckt da man sieht dass es da auch internetbelichtungsmessung gibt schon relativ fortschrittliches ding hallo kamera schärfe die bilder sind echt in die kameras der hass so ok kurzer überblick einmal zeigen alles und dann sind wir auch schon gleich fertig zack 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 ich kann mal ganz kurz was sagen zu diesen zu diesem teil hier oben nach hallo das ist jetzt auch nicht selber scharf stellen dass hier seht es vt wenn ich mich alles täuscht steht hier schatter cocking in film advanced lieber ok natürlich super wertvoller info das ist also der filmtransport hier schön tja was v und her ist weiß ich auch nicht sorry müsst ihr selber rausfinden ja das war's schon und wenn ihr noch mehr darüber wissen oder lesen wollt werde ich ganz sicher bald die ersten fotos und fotos hochladen von den ergebnissen bestimmt noch mal einen kleinen berichtsschreiben über die kamera an sich auch und freue mich auf einen besuch und bis zum nächsten mal ciao